Ja, liebe Freunde der Galerie, ich hoffe, dass Ihnen unsere Präsentation gefallen hat. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich dieses Mal auch einige eigene Bilder zeigen werde, einige Fotografien. Und zwar sind diese 2008 entstanden während des Hafengeburtstages. Ich habe den Titel, also diese Fotografien, den Titel gegeben, die Jagd nach einer Flasche Moët Chamblant. Ja, lassen Sie sich überraschen. Ich möchte nicht so viel verraten, was sich dahinter verbirgt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Also, bis bald!